Kannst du jetzt noch quick laden, aber meine Mutter ist halt gleich da, ne? Ich soll ready sein, wenn sie da ist. Ich hab gar keine Lust, da hinzugehen, Jungs, ne? Bitte beschützt mich, bitte, bitte, Jungs. Ey, Digga, das ist so krank für mich, jetzt da hinzugehen, alleine, dann auch noch zu streamen.